Der deutsche Meister HSV Hamburg eröffnet die fünf schönsten Tore des 32. Spieltages. In der Partie bei der TSG Friesenheim der Rechtsaußen Stefan Schröder auf ungewohntem Terror. Der Abschluss vom Kreis mit diesem Dreher, der schönste seiner fünf Treffer. Und auch der nächste Torschütze überzeugt mit einer Einlage vom Kreis. Jörn Wiegers von der HSG Aalenham hängt sich im Spiel gegen die Füchse aus Berlin voll rein. Besser gesagt, er springt voll rein und trifft Rang 4. Selten hat man den THW Kiel so deckungsschwach erlebt wie im Spiel gegen den TSV Hannover Burgdorf. Das denkt sich auch Hannovers Aufbauspieler Morten Olsen. Nutzt den Raum und punktet per Hüftwurf. Am Ende er mit sieben Treffern bester Werfer. Unser Platz 3. Auf Rang 2 Andreas Simon ebenfalls HSG Aalenham. Der Gegenstoß lehrbuchmäßig anzusehen, blitzschnelles Umschaltverhalten, dann der No-Look-Pass und letztlich der Heber. Der 19 zu 22 Anschluss. Zum Punktgewinn gegen die Füchse reichte es aber nicht. Und Platz 1 der schönsten Tore Igor Vori vom HSV nach einer deutsch-kroatischen Koproduktion. Der uneigennützige Pass von Stefan Schröder und der Nationalspieler Lessig. Die Sechs-Tore-Führung nach einer Viertelstunde. Die Vorentscheidung auf dem Weg zum 28. Saisonsieg. Die Vorentscheidung auf dem Weg zum 28. Die Vorent iteration besileri in der Hand ist der rivalry an Sie sie die zweitereizeRepkline. Ich habe mir interessiert werden, als man muss Taliban herausfinden,